Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Steinzeit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das uns alle interessiert, nämlich was passiert eigentlich, wenn das System wirklich gegen die Wand fährt. Und zwar finanziell ist das Thema und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Finanzexperten aus der Schweiz, mit dem Hans-Jürgen Klausner. Hallo Herr Klausner. Ja, hallo Herr Robert Stein. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Unser Studiehund Hanka ist auch mit am Start. Heute ist sie noch ruhig. Mal schauen, was sie noch macht die ganze Zeit. Also wir wollen wieder mal ins Thema einsteigen und zwar geht es um Finanzen. Und ich habe mich ja schon geoutet, dass das für mich jetzt nicht so mein Spezialgebiet ist. Und ich habe Sie schon ein paar Mal gefragt, wie Sie eigentlich auf die Idee gekommen sind, dass ich da der beste Gesprächspartner wäre für so ein komplexes Thema. Weil in Sachen Finanzen bin ich eher so ein laienhafter Mensch. Warum sitzen Sie heute bei uns? Ja, Herr Stein, in der Finanzbranche, die ich jetzt ja wirklich 45 Jahre studiert habe, aber nicht als Insider, sondern als Betrachter, da stößen Sie auf folgenden Satz. Von einer Million Menschen weiß einer, wie das heutige Finanzsystem funktioniert. Also machen Sie keine Sorgen, Sie gehören zu den anderen 99,99 Prozent. Und wenn ich jetzt ein neues Finanzsystem für die Zeit nach dem Crash vorstelle, wird es nicht einfacher. Es wird genauso kompliziert sein. Ich habe selber 20 Jahre gebraucht, bis ich meine Grundthesen verstanden habe. Eben Wirtschaftstheorie für gesättigte Märkte. Das war damals, als ich 19 Jahre alt war, so meine Frage, weil ich kam aus einer Schweizer Unternehmerfamilie, die ich dann hätte übernehmen sollen. Und wie verkauft man in gesättigten Märkten? Das geht mit der Konkurrenzgesellschaft unseres heutigen Finanzsystems, mit dem Zinsschuldgeld, geht das irgendwann zu Ende. Und es steht irgend in einem schlauen Buch, wenn Moses den Himmel erreicht, stirbt Moses. Das heisst nämlich, wenn der Zins die Decke erreicht hat oder das Zinssystem, und zwar erreicht hat es die totale Verschuldung aller Verschuldungspotenziale, dann geht der Zins nach Null. Und dort sehen wir jetzt heute. Da haben wir ja ungefähr jetzt die Situation. Das heisst, wir alle sind so weit verschuldet, wie es auch nur Verschulden geht. Und man hat früher immer gesagt, ja, und dann fangen wir halt wieder neu an mit dem gleichen System, dann machen wir irgendwelchen Schuldenerlass, und die alten Machthaber bleiben die gleichen, weil die haben ja das Investmentkapital, das Geld, und natürlich immer physisch gemeint. Und dass wir jetzt seit 20 Jahren im Internetzeitalter wirklich gut angekommen sind, alle haben ein Handy. Wirtschaftstheorie, ich nenne sie Humanwirtschaft, eine Computertechnologie, eben der Vernetzung. Jeder hat eben den Zugang zum Netz, ist damit vernetzt, und damit kommen neue Buchhaltungssoftware-Programme. Und diese neuen Buchhaltungssoftware-Programme, die möchten wir ja heute vorstellen. Also es geht um eine technische Möglichkeit, die wir erst jetzt haben. Absolut. Vor zehn Jahren, als ich schon mal das propagiert habe mit zehn Jahren Vortrag, da war die Technik noch nicht da, darum gibt es von mir noch keine Videos. YouTube kam vor zehn Jahren. Ich fange jetzt an mit Ihnen, ja, Gott sei Dank, können wir diese Videos machen. Und ich erkläre jetzt in etlichen Videos, wie das geht. Wir haben ja in den ersten Videos ein bisschen mehr Produkte, wie sie hier auf dem Tisch stehen, vorgestellt. Und ich habe mal so einen Kommentar gelesen, dass eine Zuschauerin von den letzten Videos ein bisschen frustriert war, weil sie gedacht hat, wir bringen Ihnen eben jetzt die Lösung über das Finanzproblem, das alle haben. Und dann haben wir natürlich die Hälfte vom Video über meine Produkte geredet, die ich eben sehr entscheidend finde, weil ich bin auch durch diese Produkte wieder zu meinem Team gekommen, weil in meinem Team hat man mir gesagt, du hast jetzt zehn Jahre an uns geredet und keiner hat dich verstanden. Also sind alle im gleichen Spital krank, sagen die Schweizer. Und erst seit wir dieses Kristallwasser bekommen haben, vor vier Jahren, fünf Jahre genau, das den Geist klärt, uns entgiftet. Das heisst, unsere Zuschauer, wenn die das getrunken hätten, würden jetzt nicht wie leicht Drogierte oder leicht Betrunkene vor dem Fernseher sitzen oder vor dem Computer, sondern hellwach, glasklarer Verstand. Unsere Informationen kommen perfekt rüber. Das haben wir beim zweiten Video gesehen. Das haben viele Leute dann wirklich gut verstanden. Bestellen jetzt bei mir wie verrückt Kristallwasserkonzentrat, weil es macht noch Folgendes. Es harmonisiert den Raum. Das bringt mich zur nächsten Frage, nämlich Ihr nettes Amulett, das Sie da um den Hals haben, das ist kein Schmuckstück in dem Sinne. Nein, das ist eben ein Garlomacenit-Kristall, nein, Phosphit-Kristalle, elektronisch verstärkt. Das heisst, das Kristallwasser ist der intrazelluläre Elektrosmogabsorber und das ist der extra Raumharmonisierer. Den habe ich vorher hier auch eingeschaltet, dass unser Raum elektrosmogfrei ist, absolut. Dann funktionieren unsere Zellen richtig, das Gehirn wird gut informiert, wir verstehen uns relativ sofort. Und dann habe ich noch Programm 2 eingeschaltet, das heisst Antistress. Und gerade letztens haben wir wieder eine Kundin bestätigt, sie hat ja einen Termin gehabt, wo man ihr gesagt hat, du, pass auf, das ist ein schwieriger Kunde, der wird dich ein bisschen durcheinander bringen, der sei lammfromm gewesen. Und diese Erfahrung machen wir alle. Okay, dann bin ich ja jetzt gespannt, ob ich im Programm Antistress von dem Thema, dass ich das so durchdringe, wie ich es mir auch erhoffe, weil es ist doch eine wichtige Sache. Wir haben eine Situation auf der Welt, wo alles aus allen Nähten platzt, nee, das ist der falsche Ausdruck, wo es an allen Ecken und Enden kracht und ächzt. Und also es ist wirklich sehr, sehr viel Bewegung in unserer Gesellschaft da in allen Richtungen. Und ich habe das Gefühl, dass es auf so einen, ich will nicht sagen Endpunkt zusteuert, aber dass irgendwie so eine Spannung in der Luft liegt, die sich dann irgendwann entlädt. Konkrete Frage, wie wahrscheinlich halten Sie denn diesen Crash? Und wann irgendwie wird das Finanzsystem um die Ohren fliegen uns? Ich habe verschiedene ernstzunehmende Hinweise, dass es dieses Jahr passieren könnte. Alle drei Monate müssen ja die Großkonzerne Bilanzen vorlegen, die an der Börse kodiert sind. Und die kommen dann so Ende April. März ist Deadline, oder? April erste Bilanz. Vielleicht können Sie die dieses Mal noch ein bisschen nach oben frisieren. Man sagt ja immer in der Branche, wer bilanzieren muss, der macht eine für die Bank, nämlich die ist positiv übertrieben. Eine für das Finanzamt, die ist positiv untertrieben, nach Arm gerechnet. Und die realistische, die sagt man gar niemandem. Und die positiv gefärbten Bilanzen, die werden natürlich noch positiver gefärbt. Um den Konkurs so weit wie möglich noch in die Zukunft schieben zu können, um auf das grosse Wunder zu warten, wer rettet uns von dem grossen Geldcrash? Oder eben, wer rettet das Volk vom Geldmangel? Das ist eigentlich die Basisfrage. Nicht immer, wie rettet man die Börse oder wie rettet man eine Nationalbank oder Grossbank, sondern wir müssen jetzt das Volk retten, das vor dem Nichts steht. Dass also heute schon mit so einem gigantischen Geldmangel versuchen muss, über die Runden zu kommen. Irgendwo in vielen Ländern wird ja der Tauschhandel eingeführt. Und wir können den Tauschhandel, der eigentlich immer existierte, es gab immer Tauschhandel, auch wenn ich mit Geld tausche, tausche ich materielles Geld gegen meine Produkte oder umgekehrt, kaufe mit meinem materiellen Tauschgeld, kaufe ich Tauschprodukte. Und das Internet, wie wir es jetzt heute in der Software, die wir anschauen werden heute, da erledigt sich dieser materielle Charakter des Geldes in reine Buchhaltung. Und dann gibt es keinen Mangel. Weil Computerzahlen hat es noch nie Mangel gegeben. Verstehen Sie? Und die Philosophie der Nationalökonomen, Geld sei nur werthaltig, wenn es im Mangel gehalten wird. Ja, woher kommt denn dieser Blödsinn? Geld muss zur richtigen Zeit, das ist meine These, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge vorhanden sein und wieder aufgelöst werden. Und das können wir jetzt machen, dank Internetverletzter Software, die wir hier seit zehn Jahren schon haben. Also in anderen Worten, der Crash ist unausweichlich, es wäre naiv zu glauben, dass der nicht kommt. Natürlich, natürlich. Ich habe jetzt heute noch mal was gelesen, er könnte auch auf Ende Jahr verschoben werden. 18, 20, 18. 18, ja, ja, weil, ich sage es dann nachher, ich zeige Ihnen dann ein Bild, warum. Ich lasse es nicht zuerst raus. Aber eben, wir wollen ja das Thema verstehen. Sie haben sich wieder geoutet als der, der auch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ich finde das ideal. So kann ich mir ein bisschen mehr Mühe geben, es den Leuten so rüberzubringen, dass sie es verstehen. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem studierten Nationalökonomen der Schweiz an einem Nachtessen und habe ihm auch gesagt, Buch, Kristall, das haben Sie natürlich sofort gefragt, was macht das Wasser, was macht das Buch. Und dann habe ich ihm eben versucht zu erklären, wir haben eine neue Wirtschaftstheorie. Der Mann hat mich eine Stunde versucht zu überzeugen, dass es nicht ohne Investoren gehe. Jemand muss ja für das neue System das Geld wieder auf den Tisch legen, ja. Das sind sehr wahrscheinlich wieder die alten Geldsäcke, die wir schon haben, ja. Also die werden dann mit dem, dass sie sagen, ich bringe das Geld, ich finanziere die neue Zukunft, ja. Dann bestimmt doch der Mann auch. Oder diese Gruppe, ja. Dann sind wir immer noch beim Alten. Ich habe es nach einer Stunde geschafft, dass er Bingo gemacht hat, hat sich umgedreht, hat sofort mir mein Buch erklärt, was dann die logische Folgerung daraus ist. Also der Mann hat es verstanden. Und jetzt kommt es. Schauen Sie, Herr Stein, wir brauchen nur ein paar korifären, Liederpersönlichkeiten, Autoritätspersonen, denen ich es erklären können muss. Das kann ich, habe ich jetzt den Test gemacht. Und wenn die in Zukunft bei uns in der Talkshow sitzen und Sie wieder sagen, habe ich leider nicht verstanden, ja. Herr Klaasner, was Sie da sagen, dann können die rechts und links von mir sagen, wir haben es aber verstanden, es hat Hand und Fuß, es funktioniert, wir können es umsetzen. Das heißt, Sie bräuchten Multiplikatoren, die in der Öffentlichkeit das Thema weiter voranbringen und damit natürlich dann das Verständnis für die Leute. Richtig, nicht das normale Volk, muss es verstehen. Es gibt auch in einem anderen Buch, das ich immer als mein Pflichtenheft gesehen habe, mit dem Titel der Weltzentralbankpräsident. Den gibt es nämlich noch gar nicht. Es gibt einen Weltbankpräsidenten, von der Finanzelite natürlich, aber die Zukunft heisst ein Welteinheitsgeld, WEG, wie ich mein System auch nenne. Da hat einer geschrieben, schau mal, das zukünftige Finanzsystem muss so sein, wie der Dieselmotor auf einem großen Ozeanriese. Da sitzen alle drauf oder fahren alle drauf, machen ihre Geschäfte. Keiner muss doch wissen, wie im Keller unten der Motor funktioniert. Die wollen einfach nach vorne gebracht werden, zu ihrem Ziel hinkommen. So ist das Finanzsystem. Es braucht es nicht jeder verstehen. Aber mit Kristallwasser verstehen wir sicher die wichtigsten 10%, die man verstehen können muss. Okay, der Diesel ist gerade nicht das beste Beispiel in unserer Zeit. Er läuft nicht mehr so gut dran. Aber er läuft stabil, ruhig und beständig. Also von dem her gesehen wäre es vielleicht doch das Richtige. Genau, ohne Hoch und Runter, ohne Zyklen, wie man beim alten Finanzsystem immer sagt. Ich rede natürlich schon vom alten Finanzsystem. Für mich ist die Zukunft das, was wir heute anschauen. Und diese Zyklen, das ist kein brauchbarer Schiffsantrieb. Ozeanriese. Man kann nicht mal so und dann so, und dann geht es rückwärts, und wieder niemand weiss, wie es weitergeht. Und alle sind in Panik, hatten wir auch schon 1929. Ja, und das Volk wird immer alles verlieren. Ich finde das deswegen so interessant, dieses Bild von dem Ozeanriesen, weil das alles ein geschlossenes System ist. Genau. Nichts geht auf der Fahrt runter vom Schiff oder kommt rauf vom Schiff. Es bleibt alles drauf. Also das System, wenn ich es so richtig verstanden habe, ist ja in sich geschlossen. So ist es. Ja. Absolut. Die ganze Welt läuft nach dem gleichen Finanzsystem. Ja, ich habe noch nie gehört, es gibt eine Insel irgendwo im Ozean. Da haben sie ganz was Tolles, ganz was anderes, kein Geld und so weiter. Der Dr. Markus Krall, auch ein bekannter Finanzexperte, der hat in einem Interview gesagt, dass durch diese Null-Zinspolitik der Crash eigentlich nur aufgeschoben worden ist, weil durch die fehlende Zinslast der Unternehmen die Konkurse, die eigentlich sonst passiert wären, einfach nicht stattfinden. Das heißt also, das ist alles nur nach hinten verlagert. Ist das kurzfristig gedacht von der EZB oder von denen, die die Zinspolitik planen oder ist das auch Teil der Strategie? Das ist die Strategie und die Logik im System. Ja. Kurz vor dem Crash muss man die Zinsen auf Null runter tun, damit die großen Konzerne noch überleben. Ich habe ja mein Buch Humanwirtschaft, liegt hier auf dem Tisch, habe ich ja auch damit begonnen. 1995 grösste Konkurswelle in der Schweiz. 10.000 Konkurse, 60% zwar private, 40% Firmen. Und dann habe ich zwei Jahre später erst nachprüfen können in den Nationalbankbilanzen, wie gross war denn der Konkursschaden im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Und das habe ich hier jetzt geschrieben, dass diese These, die der Herr Krall zwar sagt, in Prozenten der Firmen, die sagt eigentlich nicht viel aus, ausser er meint auch in realen Werten der Konkursschäden, wie ich das gemacht habe, dass eben die kleinen Firmen sind dann pleite gegangen der letzten 20 Jahre, habe ich auch als Konkursverschleppungstechnik bezeichnet, weil durch das werden Zinszahlungen an die Bank nicht mehr gezahlt, ja, weil wenn einer Konkurs geht, zahlt er ja keine Bankschulden mehr zurück. Sein Geld, das er von der Bank bekommen hat, zirkuliert aber noch, oder, und hält andere vor dem Konkurs ab. Das ist ja das Kinderspiel, eine Reise nach Jerusalem, wo immer ein Stuhl Ende Jahr weggenommen wird, und immer einer muss ausscheiden, aber der hält die anderen am Leben. Und jetzt sind aber die Großen dran, die keine Zinsen mehr zahlen könnten, sonst würden die Konkurs gehen, und dann wäre der Konkursschaden nicht nur 0,8% vom Bruttosozialprodukt, was man, ja nach meiner Theorie mit einem Prozent der Mehrwertsteuer auffangen könnte, ja, dann könnte man die Bonität aller Firmen erhöhen, auf die Idee sind sie leider nicht gekommen, die Herren vom heutigen Finanzsystem, weil sie wollen ja, dass wir in Schuld und Armut leben müssen. Also, die 0,8% von früher, die 0,8% vom Bruttosozialprodukt, vielleicht hat er das gemeint, die werden dann in Zukunft zwei Prozent wieder werden, wie sie hätten sein sollen, und dann crasht das System natürlich gewaltig, weil wenn Grosskonzerne pleite gehen mit Milliarden Umsätze, ja, was macht die Bank, die macht solche Abschreiber, die sie auch nicht überlebt, ja, dann crasht das eben total. Und, dass er sagt, diese natürliche Auslese, dass quasi das wie die Evolutionstheorie, der Bessere überlebt, ja, natürlich, wenn man keine Gewinne mehr macht, heute sind die Gewinne bei vielen Firmen 0, 1, 2, 3%, die Lebensmittelbranche arbeitet seit Jahrzehnten nur mit 2, 3% Gewinn. Ja, und wenn der Zins dann wieder hoch geht und natürlich, wenn man den Zins nicht zahlen muss, dann hat man wieder Luft im Gewinn. Sehr logisch. Also, lieber an der Börse zu tun, als ob man noch Gewinne hat, obwohl man das Geld von der Zinslast weggenommen hat, ja, das hält die Börse natürlich oben und verhindert den Crash, aber es ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Eben, es beweist generell, dass wir überall zu wenig Gewinne machen, warum? Durch die Marktsättigung. Schlüsselsatz, der auf Nationalökonomie lautet, in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne nach Null. Und dann bricht das System genauso zusammen wie der Kommunismus, bei denen ja Gewinne machen verpöntweise und kapitalistisches Unding. So, aber ohne Gewinn, und das nenne ich auch in meinem Buch, das muss staatlich geschützt werden, der Gewinn, weil Gewinn, was ist Gewinn? Mass für Einmaligkeit, Mass für Freiheit und Mass für Motivation. Wenn ich keine Motivation habe, keine Freiheit und nicht einmalig bin, weil alle das Gleiche tun, dann ist der Gewinn einfach auf Null. Früher habe ich ab und zu ein Beispiel gemacht, ich hatte mal eine Kneipe übernommen in einem Jahr, dann ist mir eingefallen, warum es in der Schweiz so viele Restaurants gibt. Ja, wissen Sie warum? Weil wenn Sie das Bierfass am Morgen bekommen, haben Sie am Abend die Kasse wieder voll. Das heisst, kurze Return-of-Invest-Zeiten, darum macht jeder eine Kneipe auf heute, wenn er nicht mehr weiter weiss. Ja, und ein Freund meiner Mutter hat immer gesagt, in der Schweiz gibt es ja den schönen Spruch, ja, wer nichts wird, wird, wird. Und ist ihm das auch nicht gelungen, dann macht er auch Versicherungen, das ist auch keine Alternative mehr. Gut, also die nächste Zinserhöhung würde eben das ganze System in den Konkurs treiben und damit das Bankensystem, weil es keine Sicherheit dann auch mehr in den Büchern hat. Und noch etwas hat der Herr Kroll auch gesagt, das fand ich sehr interessant, die letzte Zeile, der Punkt 4, Banken leben zu 80% von Zinseinnahmen. Das ist ihr Geschäftsmodell. Das ist ihr Geschäftsmodell. Die generieren Geld, das gar nicht da ist und kriegen dadurch die Miete, die Zinsen. Aber jetzt überlegen Sie mal, welche Banken leben vom Zins? Das sind doch die kleinen, die Reifeisenkassen, die Genossenschaftsbanken, die passen sowieso nicht zum Zentralbankensystem. Und die Zukunft heisst, also eine Bankbereinigung gibt es ja seit Jahrzehnten, oder? Es verschwinden immer wieder Banken, aber die sogenannten systemrelevanten Grossbanken, die lässt man natürlich nicht konkurs gehen. Also man will die Konkurrenz dort beseitigen, die noch eben von ethischen Leuten, die jetzt auch heute wieder Banken gründen wollen und sagen, wir brauchen ein neues Finanzsystem, das eben den kleinen und den Kreditsuchenden auch unterstützt mit anderen Kreditbedingungen, nicht nur mit Basel 2 und 3, die heute keiner mehr erfüllen kann. Aber die Banken werden eliminiert durch dieses System. Das heisst, wenn in die Nachrichten kommt, die Zentralbanken haben den Zins angehoben, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass das Ding uns um die Ohren fliegt. So ist es, genau. So, was machen wir, wenn es uns um die Ohren fliegt? Das ist jetzt heute unser Thema. Wir bringen eine Leistungsverrechnungszentrale im Internet zum Gespräch jetzt, ich nenne sie seit zehn Jahren Euroweg. Der Euro als physisches Geld geht weg und der Euro rein virtuell als Welteinheitsgeld muss geschaffen werden. Er muss geschaffen werden. Oder wir bleiben beim alten System. Ich weiss nicht, wer bei diesem alten System bleiben will. Glauben Sie nicht, dass der Name Euro von Europa für ein Weltsystem dann nicht ein bisschen schlecht ankommt weltweit? Wissen Sie, wir werden nachher sehen, wir nehmen die Schweiz als Modell. Ich bin aus dem Grund auch Schweizer und kann das explizit auch präsentieren. Das föderalistische vereinigte Europa ist keine schlechte Idee, aber das zentralistische vereinigte Europa, das ist die Katastrophe. Also von Zentralismus zu Föderalismus, das sind zwei Welten. Ja, okay. Gut, wir suchen eben eine Schweiz als Vorbild da, mit zu integrieren und diese Software ist aber nur eine Internet-Datenbank für elektronische Wechsel. Ich habe herausgefunden, dass die Banken dann den Wechsel aus dem Grund verschwinden lassen mussten, weil sie ihn nicht elektronisch darstellen konnten. So steht es in Wikipedia, ja. Da habe ich geschmurzler gesagt, die haben meine Software nicht angeschaut. Ich habe nämlich den elektronischen Wechsel erfunden. Und was heisst Wechsel? Geld der Unternehmer in Zeiten grossen Geldmangels. als ein Unternehmergeld. Der Wechsel ist das Unternehmergeld. Und gab es schon immer, wurde so leise aus der Mode gebracht, damit die Banken nur noch ihr Zinsschuldgeld uns verkaufen können. Aber wir hatten immer das Recht, auch per Gesetz, im Artikel Lauer 120 steht, Rechnungen oder Forderungen können durch Verrechnung bezahlt werden. Und das ist das, was wir hier anbieten. Eine Verrechnungsdatenbank für Leistungsrechnungen. Wir haben sie schon 2005 im Internet freigeschaltet, haben also schon unsere Tests hinter uns. Die Konzeption basiert auf dem Unternehmerwarenkredit. Sie können hier mitlesen. Und das ist ein Leistungskredit, der wie die Kompensationsgeschäfte der Barterfirmen eigentlich dargestellt wird. Wir hatten damals schon, also jetzt 17, schon über 780 Teilnehmer. Wir haben über 3 Millionen verrechnet. Warum? Weil wir generell dieses System für Immobilien verwenden. Wir machen 20% Immobilienwerte in Leistungsverrechnung mit den Professionisten. Und dann kommen immer 5- und 6-stellige Zahlen zusammen. Und dann braucht man nicht sehr viele Leute. Und wir hatten Niederlassungen in verschiedenen Ländern. Was ist jetzt der große Unterschied von Ihrem System zu dem jetzigen System? Ja, wie ich vorher erzählt habe, jeder denkt, beim Anfang braucht es einen großen Geldsack, der auf dem Tisch steht, der neu verteilt werden kann. Nein, hier ist der umgekehrte Fall da. Ich habe auch diesen Mann so überzeugt, habe ich gesagt, schauen Sie, die Schweiz macht jetzt 3, 6, der Nationalökonom, der für die Regierung arbeitet. Wir haben 650 Bruttosozialprodukt, die Schweiz, ja, heute. Wir produzieren ja alles. 650 Milliarden Franken, ja, das ist das ganze Volumen, was die Schweizer Bevölkerung produziert, in Dienstleistungen, in echten Leistungen. Wenn morgen das System crasht, wie viel Bruttosozialprodukt haben wir am Tag danach? Immer noch das Gleiche. Wenn wir arbeiten gehen. Die gehen ja immer noch, arbeiten die Leute. Natürlich, die Stromproduktion läuft, die Kraftwerke laufen, die kannst du ja nicht einfach abstellen, was du sagst, heute war Crash, morgen gibt es nichts mehr. Der Bäcker breit das Brot, ja, und die Restaurants haben auch geöffnet und warten, ob noch jemand zum Kaffee kommt, ja, das Kaffee und alles ist noch da. Also braucht es nur eine Buchhaltung, die am anderen Tag alles aufschreibt. Mehr nicht, und das ist das. Okay. Also wir brauchen eine Schreibstube, die die Werte in den gleichen Beträgen, wie in der Schweiz in Franken, im Euro, darum nehmen wir Euro als Basis, die einfach weiter aufschreibt, was jeder an Rechnungen bekommt. Okay, jetzt lichtet sich der Nebel gerade in meinem Kopf, also sprich, Schreibstube war das eigentlich. Eine Schreibstube, natürlich. Wir müssen das System, das jetzt gecrashed ist, in Anführungszeichen, überführen, in ein alternatives System, bevor alles den Bach runter geht, weil wenn kein neues System da ist, dann wird es natürlich chaotisch. So ist es. Und wenn jeder hat... Das ist 1929 passiert, oder in anderen Crashs. Das kann man so machen, jeder kriegt am Tag der Stunde des großen Crashs, wenn er in der Tagesschau war, angekündigt wird, ein SMS, ihr Handykonto ist bereits eröffnet. Könnte man theoretisch machen, ja, aber es ist besser, die Leute eröffnen dieses Konto, darum zeigen wir jetzt dieses System, bereits jetzt, dann haben sie die Schreibstube, wo dann ihre Rechnungen, die wir dann nicht mehr Rechnungen nennen, sondern Geltungsschein. Ich muss ein bisschen mit deutschen Begriffen die Leute auf dieses Bewusstsein hinbringen, was haben sie schon immer gemacht? Sie haben nämlich schon immer Geltungsscheine produziert. Und das ist unser Geld der Zukunft, eben dann mit T geschrieben. Die Geltung meiner Leistung, die ich einen Tag nach dem Crash immer noch produzieren kann, wir sind ja noch da, ja, wir sind die Leistungsträger, nicht der Investor, der uns immer als der Wichtigste verkauft wird, ja. Ohne Geld kannst du nichts machen, ja. Natürlich, wenn ich Ende Monat kein Geld auf dem Konto habe, als Lohnempfänger, dann habe ich ein Problem. Aber wenn ich die Miete und alle meine Steuerrechnungen am Tag danach mit Euroweg-Verrechnungszentralen zahlen kann, weil ich von meinem Chef dieses Euroweg-Guthaben bekomme und nicht physisches Bankengeld, ich ihm meine Leistung auch in Euroweg verrechne, dann ist nur die Schreibstube eigentlich der Ersatz vom Crash. Okay, jetzt verstehe ich, ja. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegt man das in die Köpfe der Menschen? Okay. Wir haben diese AG-Gründung, dass wir diese Weltanschauung der Humanwirtschaft, eben Wirtschaftstheorie für gesättigte Märkte, als Grundlage nehmen können, welche ermöglicht, dass wir das Geldsystem frei von Privatbanken und die Politik wieder in die Hände eines ethischen Bürgers und seiner Unternehmer legen werden. Ich habe früher immer gesagt, oder in meinen Vorträgen, der Geldemittent vor 300 Jahren war der König und der Kaiser. Der hat sein Geldmonopol 1696 durch die Gründung der Bank of England an die Banker verloren. Jetzt sind die Banker auch am Ende ihres Lateins. Wer ist der nächste Geldemittent? Den König haben wir nicht mehr, die Banker machen Konkurs. Wem geben wir das Geldmonopol? Den Bürgern. Richtig. Und zwar immer zweien, gemeinsam. Immer dem Unternehmer und seinem Kunden. Weil was schreibe ich auf auf der Rechnung? Das, was einer liefert, eben weil er es schon produziert hat und ein Kunde, der es haben will. Also die Unternehmer können nichts Geld produzieren, indem sie nur auf Halde produzieren. Sie müssen Abnehmer haben. Also an beide. Wir wollen das noch als A gegründet. Dafür suchen wir, wie ich öfter schon erwähnt habe, unsere 30 Millionen Stammkapital, damit wir das eben auch politisch dann umsetzen können und wir könnten das in lichten Stein machen. Gut. Eben heute ist das politische und das Geldsystem in den Händen des Großkapitalbesitzers. Also Banken, Erdöl, Chemie und Pharma-Konzerne. Und da sehe ich das größte Problem bei dieser Idee, weil die natürlich sich das Heft nicht einfach so widerstandslos aus der Hand nehmen lassen, oder? Kennen Sie ja, das Problem. Mein Lieblingssatz ist, wir denken für dir, wo wir keinen Auftrag haben, für die zu denken. Was meinen Sie mit wir denken für dir? Ja, Sie nehmen jetzt an, dass die es nicht, Sie denken ja, die denken so, wir lassen uns das System nicht aus der Hand nehmen. Vielleicht wollen Sie das, dass wir es Ihnen endlich aus der Hand nehmen. Fragen Sie mal die Herren. Haben Sie einen gefragt? Nein, es ist nur, das Studium der Geschichte zeigt halt, was passiert, wenn alternative Systeme auf den Plan kommen, dass dann gewisse Machtstrukturen kein großes Interesse haben, es zum Wohl der Bürger umzusetzen. Das ist Ihr Denken, dass die so denken, aber ich frage die Leute und ich habe andere Informationen. Okay. Ja, die Leute, die das so gedacht haben, wie Sie denken, die sind ausgestorben. Die haben heute schon Söhne. Wenn ich ehrlich bin, würde ich mich da gerne täuschen in dem Gedanken. Ja, ja, das Volk täuscht sich. Es ist ja nur die Beobachtung der Welt, wie sie bisher so aufgebaut war, dass das schwer vorstellbar ist, dass sich der militärisch-industrielle Komplex und alles, was da dran hängt, das Großbankenkartell und das internationale Finanzgebaren, dass sich das einfach so auf ein alternatives System einschießen würde. Schauen Sie, jeder möchte doch die Zukunft erleben und wenn er selber nichts verliert dabei, warum soll er nicht an einer Zukunft mitpartizipieren wollen, die ihm alles belässt. Wir machen ja keine Revolution durch Umverteilung, sondern Gewinnschutz, wie in diesem Buch gesagt, das schützt den Gewinn aller. Es gibt nur kein mehr Geld aus Geldgewinn. Den gibt es nicht mehr, weil das Geld als physische Masse mit Anlagemöglichkeiten, das existiert nicht mehr. Das schaffen wir. Aber mit seiner Leistung, die der Mensch eigentlich als Mitgeschenk seines Menschseins bekommen hat, seine Einmaligkeit, das waren nie vorgesehene Geldgeschäfte. Das haben sich ein paar Leute unter den Nagel gerissen, weil man weiß, mit Zinsgeld kann man sich eine Weltregierung kaufen. Weil wenn nicht der, Sie kennen ja den Spruch, gib mir die Macht der Geldschöpfung, mich interessiert nicht, wer die Gesetze macht. Den Satz hat ja auch ein berühmter Mann gesagt. Aber ich weiss, dass diese Leute nach Lösungen suchen, wo sie mitspielen dürfen und sie dürfen mitspielen. Die Banken, bei mir heissen einfach Wegzentralen, aber die sind immer noch die Banken. Die Leute, die dort arbeiten, die müssen ein bisschen umgeschult werden, nicht nur ein bisschen, das dauert vielleicht ein halbes Jahr. Dann haben die das wieder kapiert, wie die Zukunft für sie eben auch erfreulicher sein kann, gewinngeschützt, motiviert in der Wertschätzung, frei und so weiter. Machen wir schnell weiter. Eben hier nennen wir das auch, dass die Banken der Zukunft für Rechnungszentralen werden. Die Philosophie links, dass wir eben das physische Geld nicht mehr brauchen, dass wir aber als Humanbewegung das politisch absichern müssen. Das ist der Staat. Und oben mit www.euroweg.net können Sie sich einloggen. Hier sehen Sie an diesem Übersichtsblatt eine Firma. Jetzt sehen wir die Maus nicht ganz, schauen Sie mal die Kolonne ganz rechts an hier. Verfügbarer Rahmen. Jedes Konto wird am Anfang mit 33.300 hier, diese Summe. Die bekommt jeder bei der Kontoeröffnung von mir freigeschaltet als Einkaufsrahmen. Er bekommt 100 Euro Cash. Wir haben zwei Konten. Das untere, der Cursor verschwindet immer wieder, hier mit 4.189. Ich schenke jedem Kontoeröffner 100 Euro Cash, damit er überhaupt 33 Mal so viel einkaufen kann, nämlich 3.330 Euro. Von dem oberen kann er dann ausgeben. Und wenn er dann eben 1.000 Euro hier einzahlt, dann kann er die 33.300 Einkaufsrahmen voll ausschöpfen. Und jetzt kommt es, was der Banker der Zukunft sein wird, der nennt sich dann Wegberater. Jeder bekommt zu seinem Konto einen Betreuer. Wie der Versicherungsbetreuer bei Ihnen, der Sie versichert. Er hat ja auch am Schluss hier im ganzen System integriert eine Konkursversicherung. Das heisst, dieser Mensch, den Sie frei wählen können, Sie können unten immer wieder neu zuordnen, Sie können die Leute, die Sie in das System reingeholt haben, die Sie motiviert haben, können Sie als Wegberater angeben oder Sie können, wenn Sie morgen halt Lust haben, den Pfarrer, dann kriegt der Dorfpfarrer wieder eine neue Aufgabe. Und es ist der Pfarrer nicht mehr der, der auf der leeren Kirche predigt, sondern der den Leuten in der Kirche das Kreditlimit erhöht. Da ist die Kirche wieder voll. Das wäre vielleicht ein Konzept, das sich die katholische Kirche mal anschauen sollte. Na, es gibt gute Religionen, also man muss sie nicht immer institutionalisieren. Religion heisst ja nur mal Verbundenheit mit Gott. Und ich habe auch noch eine Folie, wo ich gar nichts gegen alle Religionen habe. Ich sage, man kann alle integrieren. Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Bei unseren Konten, die zwei Konten, die Sie vorher gesehen haben, Cash Money und virtuell, im Verhältnis 1 zu 33, also wie ein Hebel, 1000 Euro Cash, gibt 33.300 virtuelles Guthaben. Ja. Ja, aber nur nach Minus freigeschaltet. Einen Waren-Einkaufsrahmen. Dann müssen alle Konten und jeder im Kontensystem hat einen E-Shop. Das ist jetzt eine Seite von dieser Kristallprodukte GmbH mit dem Konto 1077600. Diese Produkte kann man bei dieser Firma jetzt bestellen, und zwar wie? Sie sehen hier die Preise, immer in Euro, damit wir nicht umlernen müssen. Also wir fangen nicht an, eine Kunst, eine Kryptowährung, das ist ja eine Kryptowährung, mit 1 zu X anzubieten, und dann muss jeder zuerst umrechnen. Wir bleiben beim Euro. Aber wir splitten von Cash, 50% Cash und 50% in Euro weg. Ja. Das sind jetzt zum Beispiel alle meine Kristallwasserprodukte, die wir herstellen, vom Augenelixier, über den Shake, über das Haarshampoo, den Ganzkörpercreme mit 200 oder 50 Milliliter Dosen, natürlich unterschiedliche Preise, immer mit 50% virtuell und 50% Cash. Sie können hier dieses Kristallpulverkonzentrat kaufen, das eben, wie wir letztes Mal gesagt haben, eine Kundin festgestellt hat, keinen Kalk mehr in der ganzen Wohnung, weil der Kalk jetzt durch den Körper und über die Pfanne sich nicht mehr festhalten lässt, sondern geht durch. Und mit diesen Produkten können Sie erstens mal sich gesund erhalten, klar denken, motiviert sein, Elektrosmog eliminieren. Und das habe ich gerade noch zum Kristallwasser, die letzte Information nachbekommen am Montag. Leute, die verschnupft oder die Lymphen zu haben oder die Bronchien, viele müssen ja inhalieren, damit sie wieder ihre Atemwege freikriegen. Jetzt hat eine Dame das mit Kristallwasser probiert, Tage später waren ihre ganzen Verstopfungen und Lymphprobleme und Bronchienprobleme, Lungenprobleme waren weg. Also auch das ist es so. Wir können also, jeder kann auf seinem Kontorahmen seine Produkte eingeben und diese dann anbieten in 0% virtuell oder 100%. Also ich habe jetzt ein paar Beispiele gemacht über die verschiedene Splitting, oder? Dass man aber das Konto überhaupt benutzen kann, muss man eben zuerst einen Cashbetrag auf seinem Kassakonto eingeben. Hier nennen wir das eben Mobile Pay Kassa mit Euro. Das hat das Bargeld, da können Sie über das Bankkonto, sehen Sie, Eingang über Bank, also jeder muss auch sein Bankkonto hier reingeben, sehen Sie hier, in den Zahlungsverbindungen geben Sie ein, Bankeinzug hinzufügen, hier das gelbe, dann geben Sie Ihre Kontoverbindungen ein, da unten stehen Sie dann. Das heisst, das System ist mit dem Alten verbunden. Ich habe festgestellt, früher hatte ich das nicht so gemacht, die Leute steigen nicht, auch wenn es einen Crash gäbe morgen, von einem alten System gleich 100% in ein neues. Sie wollen das alte System und ich zeige nachher auch, wir werden auch vom alten System noch ein bisschen weiter getragen, auch wenn es einen Crash gibt, da gehen ja nur Banken vielleicht pleite, aber das Geld ist noch vorhanden. Es gibt noch Schweizer Franken, es gibt noch Euros, die werden sicher noch drei, vier Jahre rumschwirren und die lassen wir nach wie vor integriert und es wird auch noch ein paar Banken geben, die nicht zumachen und über diese Banken können Sie bei uns auf unser Bankkonto einzahlen und wir nehmen das Geld aber sofort raus und decken es in Gold, also wir kaufen Gold damit. Das ist unsere Absicherung für den Tag des möglichen Crashs. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar wenn jetzt jemand unser Gespräch verfolgt und dann sagt, okay, ja, hier ist jetzt erstmal noch eine Werbung für die Produkte da und dann sagt er auch noch, ich soll erstmal Geld zahlen, damit ich überhaupt an dem System teilhaben kann, da gehen natürlich die Augenbrauen hoch und da werden die Menschen natürlich erstmal stutzig. Wie können Sie denen das Vertrauen geben oder wie können Sie die Leute davon überzeugen, dass das Geld in guten Händen ist und dass das dann auch richtig verwaltet wird, das Ganze? Genau. Was ist da die Sicherheit, die Sie geben mit diesem System? Sie sehen, für das Cash zu bezahlen oder viele sagen, ja, jetzt soll ich jetzt auf Bargeld umsteigen? Alle fragen mich, was soll ich machen, jetzt wenn der Crash kommt? Ja, nehmen Sie das Geld nach Hause. Ist ein schlechter Rat, dann gibt es einen Bankran. Transferieren Sie das Geld von Ihrem Konto auf das Humanbewegungskonto, das ist im Besitz unserer politischen Bewegung. Ja, das heißt, wir haben schon ein politisches Bewegungskonto für diesen Bereich angelegt und dann ist es dort auf Ihrem privaten Konto wie bei PayPal. Sie könnten ja auch mich fragen, soll ich jetzt all mein Geld auf PayPal einzahlen? PayPal wird sicher nicht pleite gehen. Auch eine Variante. Ja, verstehen Sie? Also möchte ich nicht sagen, wir sind die einzigen, die eine Alternative anbieten und wählen Sie eine aus. Bei uns haben Sie aber immer den eShop integriert und können gleich bei Bestellen gleich bezahlen. Das zeige ich ja nachher im Video, dass diese Crashguthaben, die Sie jetzt, das ist das Crashkonto, oder? Haben wir hier 1117 plus. Sie sehen es vielleicht nicht gut. Da sehen Sie die Minuszahlen. Da habe ich ein Produkt gekauft mit 70 zu 30. Da habe ich ein Produkt gekauft, eben unser Alpha-Gerät, dieses mit 100% Cash, gleich bei Bestellung an diesem Kontosystem abgezogen. Das ist eben prepaid durch bestellen, gleich bezahlen. Ich muss also nicht mehr das System verlassen. Es ist in sich ein abgeschlossener Kreis. Und dann habe ich hier wieder Einzahlungen gemacht. Sie sehen die Plus-Summen da. Und hier die Plus. Da habe ich Kristallwasser bestellt. Das zeigen wir nachher. Und das sind zum Beispiel die Buchungsgebühren gewesen, die 60 Euro. Das sind die 3%, die man in Cash bezahlen muss, wenn man für 3000 Euro zum Beispiel virtuell einkauft. dann zahlt man also 90 Euro in Cash. Also nicht so wie früher bei den Kreditkarten, wo sie als Lieferant immer noch den Nachteil hatten, diese 3 bis 5% Kreditkartengebühr zu bezahlen. Bei uns zahlt der Besteller der Ware. Weil er hat ja den Vorteil, virtuell zahlen zu können. Eigentlich ist es da schon das Schlussbild. Das Portemonnaie der Zukunft ist das Handy. Sehen wir hier. Und jetzt zeigen wir noch schnell das Video, wie das jetzt hier abläuft. Es läuft. Ja, das ist jetzt die, in der Software, wie das ausschaut, der Einkauf. Ich habe jetzt eben nur dieses Bestellen auf unserem Konto gezeigt. Man loggt sich ein mit seinem E-Mail und seinem Passwort. Das ist jetzt die Firma, die das Kristallwasser vertreibt. Dann können wir uns da einloggen. Wir sehen nochmals die Übersicht, was wir an Einkaufsrahmen haben. Die 33.200 ist jetzt der verfügbare Betrag. Der Cashbetrag haben wir auch gesehen. Hier wieder das Cashkonto dargestellt. Und wir suchen, wir haben die Rubrik Suchen. Also das ist der eShop. Dann suchen wir Kristallwasser, sehen das Produkt hier nochmal schön beschrieben mit Bild. Wir haben es schon erwähnt vorher, es eliminiert den Elektrosmog, Erdstrahlen. Leute können wieder besser schlafen, wenn sie die Flasche im Zimmer stehen haben. Die Kiste kostet 144 Euro, zahlbar 50% in dieser virtuellen Euroweg-Währung. Dann kaufen wir also hier zwei Stück unten. Ich gehe mal hier weg mit diesem. dann sehen wir es besser. Die zwei Mengen. Der PIN muss eingegeben werden. Jeder hat zu seinem Konto wie bei Kreditkarten auch einen PIN. Meistens fünfstellig. Kann man auch selber ändern im Programm. Dann bestellen wir das definitiv. Sehen hier nochmals, was wir bestellen. Was es kostet. Die Gesamtsumme 288. Und gleich sehen wir das Interessante eben auf beiden Konten. Unten sehen Sie links die Bezahlung über virtuelle Abbuchung 144 und noch Provisionen. Und übrigens, Umsatzsteuer wird in Zukunft, wenn wir eben staatstragend sind, automatisch abgebucht. Zeige ich auch noch. Und der Besteller ist hier nochmal angegeben. Kauforder absenden. Und bestellt und bezahlt. Ich muss nicht zu PayPal, ich muss nicht auf die Kreditkarte klicken, ist alles schon erledigt. Auf meinem Cash-Kontoauszug sehe ich schon hier, die 144 sind abgebucht in Cash Money. und auf dem virtuellen Konto. Darum eben das Einzahlen zuerst von Aufladen, oder? Also Cash heisst, altes Bankkonto transferieren, das ist die Variante. Und das virtuelle Konto hat auch die gleiche Summe abgebrucht. Und auf die muss ich jetzt 3% Provision bezahlen vom Cash-Betrag. Das ist dann das zukünftige Einkommenspotenzial der Ex-Banker, die dann eben Wegbegleiter heissen. Die kriegen 1% von diesen Provisionen. 1% in die Konkursversicherung und 1% übertragen wir an das System, also die Software, Hardware, Infrastruktur und so sieht das aus. Das sind wieder alle Angebote. Jetzt gehen wir auf ein anderes. Jetzt kaufen wir eben ein Produkt zu 30% virtuell. Ich habe extra 3 Beispiele gemacht. Zuerst hier wieder suchen wir IQ-Well-Produkte, das ist eine andere Produktegruppe. den Alpha, soviel ich jetzt hier ausgewählt habe, ein Produkt, weil viele Kunden sagen mir, ich will nicht virtuell was verkaufen, ich muss richtiges Geld haben. Kann ich über dieses System mit richtigem Geld verkaufen? Da sage ich ja. Es gibt immer Leute, die sagen, ja, ich mache mit, ist toll, aber ich will Cash. Die glauben bis zur letzten Sekunde ans Cash. Also für die haben wir das auch natürlich vorbereitet. Also wenn morgen 10 Uhr der Cash kommt, kann er bis 9 Uhr hier in Cash einkaufen. Gut. Das ist also hier, sehen Sie, Abbuchen beim Depokonto 2370, soviel kosten unsere Geräte hier. Und virtuell null. Ja. Dann kostet es auch keine Provision. Bei uns kostet das Cash transferieren null. Absolut null. Dann ein weiteres Produkt. Das haben wir dann wieder das Suchbegriff. Dann kommen wir hier zum Scanner. Da haben wir gesagt, das liebe ich, dieses Beispiel. Wenn Sie in ein Möbelgeschäft gehen, was sehen Sie? Überall Rabattschilder. Die verschenken 30, 40 Prozent von Ihrem Gewinn. Sollen Sie ihn doch in virtuellem Euroweg in Zukunft kassieren. Weil der Kunde hier mit 30 Prozent Euroweg spart sich ja auch 30 Prozent Cash Money. Ja. Und wir sind ja immer auf der Suche nach möglichst hohen Werten zum möglichst geringen Geldeinsatz. Und das haben wir hier durch Splitting von 30 zu 70. Sie können auch 40 zu 60 machen. Kaufen Sie wieder. Und dann sehen Sie hier, die 870 werden aufgesplittet in hier unten Bezahlung. Oben die 870. Die 30 Prozent virtuell sind 261. Und der Cashbetrag Cashbetrag 609, das rechnet das Programm automatisch aus, belastet es bei den Konten parallel in Realtimes, also Millisekunden. Immer wieder bestellen, gleich bezahlen. Wir überspringen da einen ganzen Riesenwust von Rechnungen schreiben und Mehrwertsteuercode, weil jeder Artikel könnte in Zukunft einen anderen Mehrwertsteuercode haben. Das heisst, man macht nicht mehr Rechnungen zusammen, man macht Artikel für Artikel, bestellen, bezahlen, bestellen, bezahlen. Dann werden die richtig gruppiert. Ich könnte die Buchhaltung so nachher vernetzen, was wir auch machen, dass die Bestellungen von unterschiedlichen Produkten, und ich habe früher gerne Beispiele gemacht, jetzt sind wir bei der Schulung, eben, Computerschulung, ja, die kann ich doch 100% in virtuell verkaufen, ist ja meine Leistung, die ich nur in einer Stunde reden, ohne Eigenkapitaleinsatz gebe. Da können wir sagen, das machen wir 100% virtuell. Das heisst, wir können ein Produkt in 100% Cash machen, das wir reinkaufen müssen, in Cash. Wir können ein Produkt 30, 70% in virtuell machen, das wir vielleicht gerne mit Rabatt früher verkauft haben. Also verschenken wir den Rabatt nicht mehr, sondern wir buchen ihn virtuell als Gewinn, eben als Einmaligkeitsmass, Motivation und Freiheit. So, das war die Präsentation. Damit haben wir mal kurz demonstriert, es ist real, was wir hier eigentlich in der Theorie vorstellen. Das heisst, mit Ihren Kunden, die das jetzt schon machen, oder mit Ihren Mitgliedern, wie nennt man die? EuroW-Konto-Besitzer. Konto-Inhaber. Konto-Inhaber. Die arbeiten schon mit dem System und es funktioniert. Absolut. Absolut. Und wie sind die Erfahrungswerte der ersten Monate und Jahre, die Sie das jetzt gemacht haben, was kommt da als Feedback zurück von den Leuten? Können wir das andere Bild wieder nehmen. Also das Feedback ist Begeisterung, Geld sparen, eben Mangelgeld, sprich Schweizer Franken oder Euro sparen, durch eben, früher hat man das im Osthandel ja Kompensationsgeschäft genannt. Die hatten auch immer zu wenig Devisen. Was haben die Russen, ich habe früher viel nach Osten geliefert, dann haben die gesagt, die Hälfte kriegen Sie Cash, die andere Hälfte müssen Sie in Ware nehmen. Und genau das machen wir hier. Bezahle mit deiner Gegenleistungsverpflichtung ohne Zeitlimit, ohne Zeitdruck. Nicht morgen musst du die Gegenleistung liefern, das wäre primitiver Tauschhandel. Ich gebe dir heute, wenn du mir morgen auch gerade was gibst, oder? Nein, Zeit spielt hier keine Rolle. Es ist irrelevant, wann du was lieferst. Da liebe ich das Beispiel vom Kind, das auf die Welt kommt. Von der ersten Stunde an hat es was? Warenkredit. Bei wem? Bei seinen Eltern. Und wenn wir heute Geldkredit synchron betrachten, dann haben wir Geldmangelkredit bei unserem natürlichen Feind. Die Banken sind vom System her der Schuldgeldproduktion unsere natürliche Feinde einer gut gehenden Wirtschaft. Aber wenn ich Warenkredit bei meiner Familie haben kann, wie ich ihn als Kind die ersten 20 Jahre habe, dann drehen wir das System um 180 Grad. Und das ist die Lösung. Das wäre es. Ja, und die Banker sehen das genauso, oder? Haben Sie mit Bankern Konkette aufgenommen? Wie reagieren die auf diese Vorschläge? Unisono, fantastischer Klausner. Genial, das ist die Zukunft. Zukunft hat aber reinen Nachteil, hat mir mal einer gesagt. Darum bin ich auf die zwei Kontenversionen gekommen. Man kann bei Ihnen nichts rausnehmen. Man sagt, ja, kein Geld rausnehmen, aber die Ware, was ist jetzt entscheidend? Physisches Geld gibt es sowieso bald nicht mehr. Sie wissen, wie die Bargeldabschaffung zum grossen Thema gemacht wird. Also wo wollen Sie denn physisch was rausnehmen, wenn es ja kein Bargeld mehr gibt? Den Bankomaten, den gibt es in drei Jahren nicht mehr. Ja, also bei mir können Sie nur Ware rausnehmen. Darum ist im ganzen System im Vordergrund ein Warentransfersystem. Und die Warenbuchhaltung ersetzt in Zukunft die Geldbuchhaltung. Wir haben keine doppelte Buchhaltung mehr. Wir haben nur noch Warenbuchhaltungen. Es muss keiner mehr unter Zeitdruck Bilanzen machen. Der Staat hat zu jeder Sekunde seinen Obolus, eben die Warentransfersteuer, nennen wir es. Beim nächsten Mal reden wir genau darüber, wie das ausschaut. Und diese Zukunft ist für die Banken genauso lukrativ, weil sie sind ja als die Wegbegleiter, die wir am Anfang gesehen haben, sind sie herzlich willkommen. Aber man weiss auch heute, dass es überall durch die Automatisierung und Digitalisierung, nennt man das, demnächst nochmals 30% mehr Arbeitslose geben wird. Im heutigen System. Wir liegen dann sicher bei 50%, weil die heutigen Zahlen werden ja alle nach unten frisiert. Wir sind bei über 10, 15, 20% Arbeitslose. Spanien sowieso und südliche Länder. Also wir werden bald 50% Arbeitslose haben. Was machen wir mit denen? Ich sage immer gerne, wir schicken sie zum Golfspielen oder zum Sport oder zum Tennis spielen. Wichtig ist nur, dass die Leute uns nicht mit Pseudotätigkeiten behindern in der Versorgung der Menschen mit den Lebensgrundlagen. Güterversorgung ist das Erste. Und nicht behindern und aus der Behinderung wie Steuerformulare ausfüllen, Mehrwertsteuer oder die Banker, die ja sagen, halt, du darfst erst denn was kaufen oder dein Haus, wenn ich dir sage, wann du den Kreditrahmen bekommst. Er bremst uns aus heute. Er muss ja prüfen, er muss Kreditbedingungen und Auskünfte und Bonitäten und dann sagt er, kannst du noch warten, musst du noch warten und manchmal ist das Warten eben, der Zug ist schon abgefahren. Ich muss dann einkaufen können, wenn ich die Ware brauche und nicht erst, wenn der Banker mir den Kreditrahmen gibt. Also diese Leute, die uns heute bremsen, die schicken wir lieber bei vollem Lohn zum Sport. Und weil ja ihr Bremsen heute volkswirtschaftlich in den Preisen ja schon drin ist, wir tun ja nicht die Preise nach unten korrigieren, sondern wir lassen diesen heute ökonomischen Unsinn in den Preiskalkulationen drin stehen. Schauen Sie mal in Kassobüros. Ein Video machen wir dann mal über in Kassobüros. Das ist mein Lieblingsthema. Habe ich auch hier eine Lösung. Was machen die? Die rennen dem nicht vorhandenen Geld nach. Mit welchen Methoden? Ich nenne es Mafia und Erpressungsmethoden. Wehe, du zahlst nicht bis morgen, dann kommt der Liquidator und schickt dich in den Konkurs. Das sind für mich Mordanschläge. Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn mir eine Telefonistin sagt, sieh, ihre Rechnung ist schon 30 Tage alt, wenn sie sie morgen nicht bezahlen, übergebe ich es an Sie in Kassel. Da kriege ich schon ein bisschen Unruhe in mir. Das heißt, haben Sie keine bessere Methode. Die Pistole auf die Brust setzt, so fühlt es sich an. Und alle meinen, ich hätte das Geld in der Tasche, ich sei nur der Böse, der es Ihnen nicht überweist. Macht ja kein Mensch. Wenn er das Geld hat, dann zahlt er die Rechnung und zwar sofort. Ja, die meisten. Es gibt ein paar wenige, die sitzen auf dem Geld und sagen, ich gucke mal, wie lange der andere warten kann. Zurzeit bringt das Geld ja Zins. Das war mal früher die Meinung, als das Geld tatsächlich Zinsen gebracht hat. Das ist ja vorbei. Langsam lichtet sich der Nebel. Ich oute mich da als finanztechnischer Nicht-Experte, aber so langsam kriege ich eine Idee, welche Vorteile Ihr System hat und wenn das alles schon funktioniert und Sie erfolgreich damit arbeiten, dann kann das ja nur von Vorteil sein, wenn uns das Ding dann bald um die Ohren fliegt, unser altes System. Es ist natürlich nur noch die Frage, wie kriegen wir das System dann auf das alte System drauf oder wie machen wir das kompatibel? Ein Wort, das ich suche, wie machen wir es staatstragend? Vielleicht so, ja. Und ich würde vorschlagen, darüber unterhalten wir uns dann beim nächsten Mal. Gerne, ja. Danke. Also vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Alles Gute und ja, liebe Zuschauer, die Homepage und die Bücher, wo man das alles genau nachlesen kann, sehen Sie natürlich wie immer unten eingeblendet und in der Videobeschreibung dazu und auch wenn es noch etwas komplex klingt, trotzdem, ich glaube, das ist ein interessantes System, das ist auf jeden Fall lohnt nachzugehen in diesem Weg. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid hier bei Steinzeit. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Bis dahin, alles Gute 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 Vielen Dank.